Nun steht unser Grundgerüst schon mal und wir sehen auch, wie einfach es eigentlich ist, da jetzt ein paar Effekte einzubauen. Ihr habt ja hier auch noch mehrere Bilder von mir, die könnt ihr auf jeden Fall ja benutzen, um zu üben und einfach auch selbst mal ein bisschen ausprobieren hier mit anderen Versionen und so weiter und so fort. Und ihr könnt natürlich auch selbst einfach rausgehen abends in der Stadt oder so und dann einfach manueller Fokus einstellen, die Schärfe komplett rausnehmen und dann könnt ihr solche Bilder machen und habt eben jede Menge eigener Effekte, die sonst so natürlich dann niemand hat. Ihr könnt auch Treppen fotografieren, wie ich das hier gemacht habe, auch sehr zu empfehlen und irgendwelche anderen Linien oder Gebäude und haltet einfach mal Ausschau danach und dann werdet ihr sicher einiges finden. In diesem Video gehen wir jetzt aber noch auf ein paar andere Sachen ein und zwar werde ich diese Haare hier noch weg machen. Ich werde diesen Effekt hier von den Treppen auch noch ein bisschen wegnehmen, das stört mich hier auch noch, das ist mir noch aufgefallen. Ihr seht also, man sieht auch nicht immer alles direkt auf Anhieb, deshalb auf jeden Fall mal eine Nacht drüber schlafen oder auch einfach mal 10 Minuten Pause machen, einfach mal was anderes machen, vielleicht einen Kaffee holen oder irgendwas und dann sieht man auch wieder ein paar andere Sachen. Und was wir dann auch noch in diesem Video machen ist, dass wir hier so einen Effekt drüber legen, der dann das Ganze hier unten noch ein bisschen unschärfer macht und unser Bild noch ein bisschen im Look verstärkt. Ich fange jetzt einfach mal mit diesem Effekt hier an, den möchte ich ja hier noch ein bisschen abschwächen, damit der ja auch nicht über den Schultern und über den Haaren ist und ich schaue auch mal, wo der Effekt sonst noch so ist, wo er nicht hingehört. Also blende ich mir den erstmal aus und schaue dann, zum Beispiel ist er hier auch unter der Hand noch, da möchte ich den auch nicht und hier am Arm vielleicht auch nicht unbedingt, da muss man einfach mal schauen. Ich nehme hier wieder den Pinsel, schwarze Farbe ist hier noch ausgewählt, die brauche ich ja um Stellen eben rauszumalen, wegzumalen und dann male ich hier einfach mal diesen Bereich weg, das war vielleicht zu viel, der kann ruhig hier so ein bisschen drüber sein und hier male ich dann auch noch drüber mit schwarz, dann ist das auch komplett weg, hier über den Arm noch ein bisschen und dann ist das schon besser. Ihr merkt schon, ihr müsst auch bei solchen Sachen nicht hundertprozentig genau jetzt sein, das ist oft einfach so ein bisschen Gefühlssache und wenn es zu genau ist, ist es auch oft gar nicht mehr so schön. Ja, so finde ich das ganz gut und als nächstes werde ich dann diese Haare mal noch weg machen, dazu gehe ich hier wieder auf meine untere Ebene, beziehungsweise hier die erste gerasterte Ebene und dann dupliziere ich mir die erstmal zur Sicherheit Ebene duplizieren, ok klicken und dann habe ich die ja nochmal hier drüber, kann die anderen mal ausblenden und dann habe ich jetzt wirklich noch zur Sicherheit wieder eine, also falls jetzt hier was schief geht bei den Haaren, kann ich dann einfach wieder die darunter liegende Ebene nehmen und kann das dann nochmal neu versuchen. Das mache ich öfter mal, damit ich mir nicht wieder die ganze Arbeit, die ich vorher schon gemacht habe, zerschieße, wenn ich jetzt mit gedrückter Alt-Taste hier vorne auf das Auge bei dieser Ebene klicke, dann sehe ich auch nur diese Ebene, also kann ich hier jetzt die Haare weg machen und ich würde jetzt hier vielleicht einfach mal auch mit schwarzer Farbe auf der Ebene drüber malen, denn warum soll ich hier jetzt mit dem Bereichsreparatur, Pinsel oder ähnlichem arbeiten, wenn ich hier eigentlich auch ganz einfach mit schwarz drüber malen kann, also wieder schwarz als Vordergrundfarbe und dann schaue ich einfach mal, mache ich hier einen Strich und ja, dann sind die Haare auch schon weg. Also es kann auch ganz einfach sein, wenn man möchte und jetzt blende ich mir hier oben die alle wieder ein und dann stören mich diese Haare auch nicht mehr. Hier ist noch ein bisschen, also bleibe ich hier unten auf der Ebene, kann hier nochmal drüber malen mit schwarz und dann ist das auch weg und dann sieht das doch auf jeden Fall auch schon besser aus. Wenn mich immer noch was stört, kann ich hier einfach noch leicht drüber gehen, so ist es eigentlich ganz gut. Hier noch, ja das ist schon zu viel, also die kleinen Härchen hier stören eigentlich auch weniger. Ja, so viel dazu und jetzt kann ich noch diesen Effekt einbauen, um hier unten das Ganze unscharf zu bekommen und das mache ich auch bewusst etwas später im Bild, also jetzt eher, wenn ich so weit mit den anderen Sachen schon fast fertig bin, denn ich möchte hier so lange wie möglich eben noch die Möglichkeiten offen haben, dass ich Sachen ändern kann und wenn ich diesen Effekt jetzt hier unten einmale, dann ist es auch oft so, wenn man dann noch was ändert, dann muss ich den Effekt wieder neu erstellen und deshalb mache ich das jetzt eher ein bisschen am Schluss. Also ich dupliziere die Ebene hier nochmal, Ebene duplizieren, wieder OK und dann wandle ich diese Ebene auch wieder hier in ein Smart-Objekt um, für Smart-Filter konvertieren, dann habe ich hier unten wieder das Symbol und dann gehe ich auf Filter, Weichzeichnungsfilter und dann hier Bewegungsunschärfe und jetzt kann ich hier ganz einfach meine Bewegungsunschärfe einstellen. Den Winkel wähle ich dann so ein bisschen wie das Licht vielleicht oder auch einfach mal 0 Grad, dann ist das so verwischt und ja, da ist es eben auch ein bisschen Kreativität gefragt. Ich denke, ich nehme hier jetzt so einen Winkel von 45 Grad, schaue dann noch, wie stark der Effekt sein soll. Das ist mir alles schon ein bisschen zu viel, also vielleicht hier mal so um die 40, 45 nehme ich einfach mal, schaue auch mal, ob das wirklich was ausmacht, jawohl. Ich konzentriere mich jetzt auch bei dem Effekt nur hier unten auf den Bereich, denn da male ich das später ja ein. Hier oben werde ich das natürlich nicht anwenden. Ja, so finde ich es eigentlich ganz gut. Vielleicht mache ich noch 50 hier draus und dann bestätige ich das Ganze mit OK und lege mir dann hier auch wieder eine Maske an. Diesmal wieder mit gedrückter Alt-Taste, dann wird die Maske ja direkt schwarz und somit kann ich dann mit weißer Farbe hier wieder den Effekt einmalen. Also, Pinsel habe ich ja noch gewählt, hier wieder tauschen, dann ist die weiße Farbe wieder meine Vordergrundfarbe und wenn ich jetzt hier drüber male, dann seht ihr schon, wie das Ganze unscharf wird. Einfach hier auch ein bisschen über den Randbereich, hier die Finger, da muss man gleich mal schauen, ob das dann nicht zu viel ist. Das kommt eben drauf an und wenn ich das jetzt hier habe, dann sehe ich ja hier unten auch meinen Bereich und wenn ich da mal das Ganze ausblende, sieht man auch, dass es auf jeden Fall schon mal was bewirkt. Ja, dann gehe ich hier nochmal drüber, einfach um sicherzustellen, dass ich hier auch alles habe. Die Haare hier möchte ich ausschließen, also drücke ich wieder die X-Taste oder hier auch einfach auf den Pfeil und kann ich hier mit schwarzer Farbe die Haare wieder rausnehmen, dann ist der Effekt nicht mehr auf den Haaren und auch die Hand ist mir ein bisschen zu viel hier. Dann kann ich hier oben die Deckkraft vom Pinsel anpassen, zum Beispiel jetzt auf 35% und wenn ich dann hier drüber male, wird der Effekt wieder abgeschwächt und wenn ich öfter drüber male, wird er eben noch mehr abgeschwächt. Also ich kann die Hand hier vorne zum Beispiel so ein bisschen wieder scharf gestalten, aber hier unten bleibt es noch und so kann man eben ganz gezielt hier seine Effekte einmalen. Ich schaue mir das mal wieder an. Das ist ohne Effekt, das ist mit Effekt und ich finde es mit Effekt auf jeden Fall besser. Wie gesagt, das ist alles Geschmackssache, da könnt ihr euch auch komplett austoben und dadurch, dass wir hier ein Smart Objekt haben, können wir auch jederzeit den Bewegungsunschärfefilter wieder ändern. Wir können das Ganze noch extremer gestalten, so oder auch ein bisschen zurücknehmen, aber ich fand das eigentlich mit dem Wert ganz gut. Also klicke ich abbrechen und dann ist alles wieder wie gehabt. So und wenn wir jetzt jetzt nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich anschauen, das war komplett vorher, also das RAW aus der Kamera und das ist unser jetziges Bild, dann hat sich ja schon ein bisschen was getan. Und im nächsten Video lege ich dann noch einen Look übers Bild und schaue auch, dass ich den Betrachter noch ein bisschen im Bild lenken kann oder ähnliches.